Und ich habe noch eins, sehr schön. Die passen perfekt. Mal sehen, was passiert. Mit Sirrus. Sirrus. Oh, etwas Goldenes. Ein goldener Hüpfer, unser erster. Den kriegen wir wahrscheinlich schon noch. Okay, und... Ah, hier ist der älteste. Okay. Sei gegrüßt, wir sind das Volk des Windes. Vor langer Zeit stiegen wir auf zum Himmel und nahmen den Palast des Windes mit uns. Zurück blieb das, was ihr die Ruine des Windes nennt. Wir sehen, was unten geschieht, denn der Wind erzählt uns, was er sieht. Ein kleines Kind sucht die Elemente, um die Prinzessin zu räkeln. Auch das Vati Böses tut, hat uns der Wind zugetragen. Das Windelement befindet sich im Palast des Windes über uns. Ist das heilige Schwert vollkommen, öffnet sich Vatis Weg zum Forst. So heißt es in der Legende, die das Volk des Windes kennt. Gewacht, wenn du alle vier Elemente auf das Schwert übertragen hast und so das heilige Schwert entstanden ist, ist es möglich, dass auch Vati davon weiß und auf den entscheidenden Moment wartet. Menschen dürfen unseren Palast eigentlich nicht betreten, doch bei dir machen wir eine Ausnahme. Gehe nur hinauf aufs Dach. Oh, und Fragmente für einbilder Gute Mann auch. Das probieren wir natürlich. Hoffentlich haben wir so eins. Ja, sogar drei Stück davon. Sehr schön. Jetzt bin ich gespannt, was passiert. Oh, auf dem Friedhof. Und wieder... Ah, eine Truhe. Okay. Ich weiß nicht, ob ich da nochmal hin will. Ja, wir werden sehen, was da drin ist. Oder auch nicht. Gnädiges Fräulein, dürfte ich bitte aufs Dach? Gehst du zum Palast? Wenn ich groß bin, traue ich mich vielleicht in dem Palast zu erforschen. In dem Palast, um ihn zu erforschen, vermutlich. Welche schöne Musik hier. Habe ich... Oh, ja, ich habe noch eine. Gibt es hier nochmal eine? Ja, gibt es. Und ich will die unbedingt fangen. Ja. Sehr schön. Die werden wir vermutlich brauchen. Und hoch zum Palast. So. Oh, ei. So etwas. Wer hätte gedacht, dass hier oben ein Palast ist? Diese Höhe. Da zittert mir ja die Knie. Wenn ich welche hätte. Ja, ha, ha. Link, gib acht, wo du hintrittst. Hier fällt man ziemlich tief. Ja, kein Ding, Alter. Nein, was tu... Nein. Okay. Wir müssen nochmal nach unten. Ich will diese Fee. Okay. Und jetzt wechseln wir aber gleich wieder aufs Schwert. Nicht, dass ich die versehentlich nochmal benutze. Und nochmal hoch. Ich habe nur zwei Flaschen. Ich habe keine Ahnung, wo die anderen sind. Ich weiß auch nicht, ob wir die noch finden werden. Ups. Das wollte ich nicht. Oh. Hier brauchen wir aber, glaube ich, definitiv den Krug. Guck. Guck mal her. Fuh. Fuh. Okay. Das wollte ich so eigentlich auch nicht. Aber was soll ich da was sagen? Das ist mir fix egal. Ähm. Okay. Das ist schon ein bisschen merkwürdig. Aber wir versuchen es mal. Das ist ein Dreierstein. Okay. Eins. Zwei. Drei. Ja. Genau. Okay. So. Oh. Eine Plattform. Das wollte ich nicht. Ich wusste nämlich nicht, dass sich der bewegen wird. Ja. Vielen Dank auch dafür. Uh. Bomben. Das ist da oben. Das können wir noch nicht. Dann schauen wir erst mal hier lang. Oh. Das sind ganz weiche Wolken. Es macht bestimmt Spaß. Wenn man da oben ist. Ja. Aber soweit ich weiß, kommen wir da noch nicht hoch. Das scheint mir relativ einfach zu sein hier. Mhm. Das wollte ich nicht. Hm. Wir sehen, was sich da noch ergibt, wenn ich da drü... Ops. Das wollte ich nicht. Naja. Ist ja egal. Das scheint sonst aber keinen Weg zu geben hier. Und das würde bedeuten, ich muss hier lang. Und es gibt Pfeile. Die gibt es für einen Grund hier. Mhm. 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 Ja. Alles klar. Ja. Ich hab da gerade so einen Verdacht. Ha. Siehe einer an. Vielleicht sollte ich tatsächlich auch die Pfeile ausrüsten. Oh, Magier. Einer. Zwei. Oh, sehr schön, ein Herz. Zwei. Drei. Vier. Macht insgesamt sechs. Gibt es noch mehr? Ja, es gibt noch mehr. War ja klar. Okay, jetzt habe ich nicht mehr mitgezählt, wie viele das sind. Das war's. Hier gibt es eine Megatruhe. Ah, Greifenwantel, unser letztes Item. Yeah. Jetzt können wir springen und fliegen. Hey, jahoo. Juhu. Jetzt können wir dann nämlich auch nach oben. Ich wusste nicht, dass es den schon so früh im Dungeon hier gibt. Und bye-bye. Oh, wir sollten jetzt aber eigentlich nochmal zurückschnell. Es gibt da hinten nämlich noch die Truhe. Die können wir jetzt holen mit dem Umhang. Danke. So. Das war's mir auf jeden Fall wert. Und wir könnten jetzt auch nochmal ganz rausgehen. Ich wüsste jetzt nämlich noch, wo ein Herzteil ist. Aber das machen wir später. Wir machen erst den Tempel jetzt. Das ist wichtiger. Ja, vielen Dank. So geht's. Alles klar. Simple. Okay, hier brauchen wir unser dämliches Schild mal wieder. Ausnahmsweise. Komm her. Und die Tür geht auf. Und wir wechseln wieder auf unseren Hüpfmantel. Oh ne. Oh, es wird ein heftiger Wind. Lass dich nicht wegpusten. Keine Sorge. Ups, das wollte ich nicht. Alles klar. Wahrscheinlich muss ich dann nach oben. Ja. Siehste mal. So einfach geht's. Oh. Dieses Gitter dreht sich bestimmt, wenn man kräftig drauf springt. Jupp, das tut's. Ja, 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 ja. Du mich auch. So. Das war mehr Glück als Verstand hier gerade. Aber es soll mich ehrlich gesagt nicht stören. Denn das bedeutet, dass wir weiter sind. Ah, die Springer sind größer als die letzten. Und es geht immer weiter nach oben und weiter nach oben. Hm. Ich bin mir sicher, wir brauchen hier unsere... So, wir warten. Huhuhuhu. Alles klar. Alles klar. Eins, zwei, drei. Nein! Ich muss das nochmal machen. Oh Gott. Nein. Ich hab's verkackt. Ja, ich geb's zu. So. Jetzt nochmal. Jetzt haft auf. Wir machen den hier. Wir gehen ballern. So. Dieses Mal kriegen wir's aber hin. Jawohl. So. Äh. Tschuldlein. Okay, hier gibt's nichts mehr. Okay. So. Dann warten wir auf die Plattform. Da kommen sie. Okay. Okay. Puh. Das war auch mehr Glück als verstand gerade. So. Da geht's. Weiter. Was für ein Irrgarten. Okay. Da gibt's ein Minisfach. Da würde ich auch gerne reingehen. Wenn möglich. Da. So. Na komm. Jawohl. Ich wechsel wieder auf den Umhang. Hm. Wir fangen hier unten an. So wird's gemacht. Schauen wir erst hier unten rein. Da gibt's nichts. Oh. Da gibt's wohl doch was. So. Okay. Was gibt's hier? Den Eingang hier drüben. Genau. Wo bin ich? Was tue ich hier? Hm. Okay. Es ist eigentlich ein bisschen lachhaft, dass ich da jetzt nicht drüberspringen kann. Tür und Schlüssel. Okay. Er öffnet verschlossene Türen nun da in diesem Dungeon. Okay. Und für mehr war das hier nicht? Hm. Ah. Juhu. So. Jetzt können wir hier ran. Und es geht noch weiter nach oben. Okay. Okay. Ha. Ha. Okay. Okay. Hier gibt's aber nichts mehr. Dann gehen wir hier weiter. Oh ja. Ich hab's gewusst. Juhu. Ups. Aber wir haben's geschafft. Okay. Pass auf. Nein. Ja. Okay. Ah. Das ist nur der Weg zurück. Okay. Okay. Und jetzt? Ups. Okay. Wenn ich gewusst hätte, dass ich den gar nicht bekämpfen muss, dann hätte ich's halt auch gelassen. Und das sieht sehr weit aus. Deswegen...